Hahahaha, oh mein Gott. Kick nicht mit dem Kicker. Zabex ist wieder im Publikum. Bitte nicht. Das ist Rezo vs. Seventeen. Und damit würde ich sagen... Und Amar. Und auch noch Amar. Ach, Digga. Ach, Digga. Ist das scheiße. Ey, Junge. Zabex kann uns auch kein Video lassen, Alter. In 5 Minuten ruft er wieder an. Kevin labert wie... Ja. Kevin hat was über dich ges... Oh mein Gott. Ich brauche ein Clip jetzt, kleine Wichser. Ich habe ihm heute noch am Telefon gesagt, er soll es lassen in Zukunft. Ich brauche jetzt ein Clip. Und damit würde ich sagen... Und Amar. Und auch noch Amar. Ach, Digga. Ey, Junge. Zabex kann uns auch kein Video lassen, Alter. Mein Ziel wird es einfach sein, einfach nur um Kevin abzufacken, in jedem Video da zu sein. In jedem Video, wo ich sein kann, werde ich einfach meine verfickte, fette, aufgequollte Fresse in die Kamera halten. In 5 Minuten ruft er wieder an. Wie sagen meine... Ist das nur noch dumm, Digga. Hat er Glück gehabt. Ich mache ihm eine Sprachnachricht. Discord, meinst du? Der ist doch sehr privat. Ach, Digga. Was ist das denn hier für eine Scheiße heute schon wieder? Wisst ihr, was das Beste ist an diesem Video heute? Mein Handy ist hier leer und nicht hier in dem Raum. Das heißt, Zabex kann nicht anrufen, wenn ich ihn wegbeleidige. Oh mein Gott. Wisst ihr, was das Beste ist an diesem Video heute? Okay, jetzt reicht's. Guckt Zabex. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er versucht über Discord anzurufen. Ist das scheiße. Hallo? Was geht ab, Bro? Hast du das Revi-Video schon gesehen? Ist dir da was aufgefallen? Ist dir vielleicht in dem Revi-Video was aufgefallen? Nö, da ist mir nichts aufgefallen. Sieb bester Freund Kevin. Sieben? Ich bin nur der sieben beste Freund? Du bist von 16 auf sieben aufgestiegen, ja. Du bist jetzt in der Top 10. Oh shit, let's go. Wer kommt noch davor? Philo, Revi, mein zuckerkranker Freund Kenneth, meine Freundin Julia, so ein Angestellter aus dem Experion. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Amar. Der Typ, der an der Bar arbeitet, der ist auch noch davor. Oh mein Gott, du Hund. Shoutout Nathan, der macht die besten Sandwiches. Du, aber kommen wir zum Thema zurück, Kevin. Ich will dich auch gar nicht lange aufhalten. Ja. Was dir in dem Video vielleicht hätte auffallen sollen, ist, dass ich auf der Couch sitz, Kevin. True. Ich sitze auf der Couch, Kevin. Du kleiner Wichser. Ja, ich sitze auf der Couch. Auf Augenhöhe mit meinen Freunden. Krass. Und was mir auch aufgefallen ist, die Leute haben gelacht über den Gag. Das mit der Kindergärtnerin. Wow, 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 Spoiler noch nicht. Okay, sorry, das ist da nichts mit der Kindergärtnerin. Ich habe nicht überlegt, dass eine Kindergärtnerin ist. Okay, danke, Bro. Rezo nicht auf Frauen steht. Ja, ja, genau. Ich sag ehrlich, war stark. Ja, der war stark. Ja, das war gut, das war gut. Freunde, Dark Seven vs. White, Couchstream mit Zamex. Wird geil, wird kommen, wird kommen, no joke. Ey, Bruder, die Verbindung ist leider wieder unfassbar schlecht. Nein, 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 ganz kurz auf Ernst, wegen dem Couchstream, Bruder. Ja. Oh mein Gott, wie bin ich für den gefallen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Violated. Ja. Ja. Schick nicht mit dem Schicker, okay? Ach, der Nutten, Alter.